Hello again, meine Freunde! Vielen Dank für's Zuschauen! Da hat Keller ein neues Icon Discard Challenge Battle, was ich eh nie verliere. Oder? Heute schon, heute schon, heute schon, heute schon, heute schon, hey, wir wollen die Eisberg sehen! Freunde, ein Tag später für uns, zwei Tage später für euch, wieder ist der gute Herr NoHankGaming am Start. Moin! Servus! Moin! Die letzten Wochen waren sehr Broski-lassig, das hat mir selber auch nicht gefallen. Ich hab genau das gleiche auf Steini auch geschrieben, da meinte ich lass doch mal Benji-lassig. Ja, lass lieber Benji-Woche machen, Tisi ist auch nicht da, die haben alle keine Zeit für mich. Weißt du, guck mal, kaum bin ich entstellt, da, da, da meiden die mich, da verleugnen die mich. Kaum bin ich entstellt. Benji ist einer, er hat sofort, Bruder, auch wenn du jetzt absolut hässlich bist, ich würde trotzdem noch gern was mit dir unternehmen. Deswegen checkt auf jeden Fall das Video über Benji, ablassen die Jungs Supporter. Alle anderen haben mich hängen lassen, belassener Hase, würde mich hier sehr über eine positive Bewertung freuen. Und Ladies, wenn ihr richtig ausrastet in den Kommentaren, ich bin am überlegen, wer die Idee klaut, den fick ich. In ein, zwei Wochen eventuell machen wir mal Double und Double. Da wird der Verlierer einfach mal zwei Karten, Discaden von Icons, so, mal auf, richtig? So zweimal Hullit Prime oder so, wenn ihr Bock habt natürlich nur, ja, ballert die Kommentare voll, lasst eine Bewertung da, möchtest du noch was sagen, oder? Finde ich richtig scheiße die Idee, bin ich nicht da, also da machst du hoffentlich nächstes Mal eine Teasy-Woche, ne? Ja, die haben wir noch Münzen, ne? Ja, genügend, ich nämlich nicht, ich hab alles verkauft und hab mal zweieinhalb Millionen auf der Uhr, kein Witz! Ja gut, dann könntest du nicht heute teuer werden, ne? Gehen wir rein oder wie sieht's aus? Gehen wir rein oder gehen wir rein? Gehen wir rein, komm, 3, 2, 1, go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Och man, wieder diese Formationsfrage. Ich sag's mal so, ich gewinn das heute. Egal ob du willst oder nicht. Das Bart bleibt jetzt morgen nicht so gemacht. Ja? So! Abfahrt! What is that in here? Oh! Alter, was? Der war ja brutal, der Stöner. Gut, ne? Ja, der hinten, der hinten, der hat mich gestört. Okay, das hört sich alles falsch an gerade. Ey, ich werd, ich hab schon wieder so einen Draftstein, you know? Och ey, was gibt der hier? Die Drafts hab ich, kein Witz, zu 90%, wenn wir dieses Format aufnehmen. Oh, ey, Mann! Warum immer nur die? Why always daten? Ey, immer die Dings hier! Oh, what is das denn hier? Ey, das ist ja... Gib's doch mal höher! Wow! All man, Alter! Oh, I have fun! Egal! Why? Ich hab halt immer das Problem gehabt, dass ich immer dachte, der andere baut gerade das Draft des Jahrhunderts. Ja! Deswegen hab ich meins immer so schlecht gestellt. Ach, so liebem bisschen. Deswegen hab ich jetzt einfach mal die Hoffnung... Oh, ey, oh, well, dieses Jahr lebt's better. Boah! Dieses Jahr! Äh, genau! Ey, was ist das? Oh, nice! I like! Der, der, der muss spezial kommen. Special Force Agreement. Ja, gut, aber so stark ist jetzt meine Startaufstellung hier auch nicht, wenn ich early bin, ne? Aber... Ich hab kämp' Wenn die Bank jetzt ein bisschen kommt, no homo, dann könnte das gar nicht so schlecht werden. Du weißt ja, wie es läuft. Ich hab chemie... Dich auf chemie clean? ...mhm... 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 Wann you lie? Oh, ne Pisse, hier... Ey, was sind das für Karten hier?! Äh... Hey! Ja, doch, 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 den nehm' ich mit, den nehm' ich mit, den pack' ich da rein. Das gibt zwar weniger, aber am Ende des Tages, Freunde, da werden wir alle sehen. Da werde ich recht behalten. Da wird mir das was bringen. What soll ich denn dad da mitten hier? Ey. Ha. Wir wollen den Ice Bear sehen. Ich will ihn auch so gern sehen. Mein Gott, Dante, Alter. Hast du so alle? Alter, ich mach grad meine Chemie kaputt, Freunde. Scheiße. Ich muss den Silberspieler da rauskriegen bei mir. Komm, jetzt gib mal was. Ich krieg den halt gar nicht on the line. Den krieg ich richtig on the line. Scheiß drauf, Alter. Wie soll ich denn das eingehen? Das ist ja unglaublich, du. Ich bin der beste Draftball der Welt, Alter. Ihr könnt mir ja alle mal im Arsch lecken. Hör mal, Robert. Mann. Das ist doch alles blöde. Das ist doch alles blöde. Ey, ich will Ice Bear sehen. Nehm ich den jetzt mit oder nicht? Ich glaube, das wäre ein bisschen blöd. Das macht alles kaputt. Ich muss den mitnehmen, Chat. Chat. Mein Deft ist komplett. Rapperino in den Chat. Meine Deft ist so scheiße. Also mein Draft ist richtig gut. Gut? Ja? Meins auch. Bisher ist auch gut. Ich gehe riesig. Ich scheiße hier drauf, Alter. Ich scheiße drauf. Ich gehe voll auf... Du bist einer, der einfach auf sowas scheißt, ne? Ich scheiße immer drauf, weil... Ne? Ihr wisst es doch. Ihr kennt es doch, Freunde, oder? Ihr kennt es doch. Ihr wisst doch, wie es läuft. Jetzt, ich nehme Medikamente. Hier, ich werde noch verhören von den Spielern. Er drückt auf seine Nase. Why? Ey, ich baue schon wieder so einen Humbug, mein Gott. Ja, ich auch. Digga, ich nehme hier eine Scheiße mit. Am Ende frage ich mich, wieso. Aber ich kriege halt auch viel Durcheinander. Das denke ich mir aber auch gerade. Oh, ja, komm. Ich habe echt massiv viel Durcheinander. Pusch dich nochmal hoch mit der Chemie, Mann. Pusch dich nochmal hoch, Mann. Komm. Boah, jetzt noch einmal die gute Position da außen. Ich glaube, der zu mir ist abgefahren. Willst du vielleicht mal ein Eisbärs? Ja, Digga. Ja, Gunners. Ja, Gunners. Ich habe gerade einen Eisbärn gesichtet und der ist richtig gut. Go and doosie. So schlecht, Alter. Der ist richtig go and doosie. Scheiße. Louis nach Arsenal oder was, ne, habe ich da gelesen. Ich habe gerade irgendwas auf Twitter von mir gesehen. Mit du und doosie, Alter, zusammen. Guten Einkauf. Afro-Gang. Afro-Gang, Afro-Gang, Afro-Gang. Gonna take tonight and I'll be away from you. Das ist der Fun. Ja, meine. I, meine. Meine. Oh. Ach, wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Auch wenn ich damit keinem was anfangen kann. Highest rated, oder? Oh, yes, Baby. Doch. Ja, Gunners. Oh, ja. Oh, ja, Gunners. Mann, warum hier alles hier? Scheiß-Set-OM. Warum sieht der weniger? Nein, das war ein Strong Link. Sikere-Mamenakoyum. Hey, was soll das ausdrücken? Äh, piep. Oh, wichtig. Piep. Ich habe gerade ein riesen Problem, Stein. Ich habe ein riesen Problem. Ich habe ein ganz, ganz großes Problem. Ich habe ein ganz, ganz, ein huge Problem. Alles-Set-OM, dies, das, was, das, los, hier drin. Ich habe ein huge Problem in the mix. Ein very huge Problem. Ich muss hier ein bisschen versuchen, um zu sein. Ich bin doch auch so ein dummer, kleiner Stricher. Ist korrekt, ja. Warum habe ich denn nicht da den so und dann über den einen da gemacht? Das wäre schon besser gewesen. Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, wenn ich early bin, ne? Feel better. Why are you so dumb? Better now, better now. Meine Fresse, Alter. Ich weiß nicht, was ich gehe. Ich habe Rating, mein Rating ist einfach nicht gut, auch nicht vorhanden. Also, ich habe richtig was richtig Schlechtes. Also, ich... Wow, 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 bizarre. Why are you fucking lying? Ich meine, hier bräuchte ich dann auf dem Turn so ein bisschen River, ne? Ey, der Vierer muss halt auf der Sechser spielen. Wenn der Vierer links außen durchläuft, dann kann der Sechser den doppelten Pass nach außen spielen. Der flankt ihn rein, auf die Neunfone drin, fahrzeugt sich ein Ding, Aze-Peng rein. Mein Draft ist fertig. What is that in here, ey? Warte mal. Okay, dann... Er ist voll. Café Foul. Café Foul? Mensch, leer. Die ist das? Foul. Ach, Mann, ich freue mich schon aufs Discarden. Wer hat hier gebaut? Wer hat hier gebaut? What is that in here? Ah, ja. So, meins steht auf jeden Fall. Ich muss nur noch Manager holen. Digga, ich krieg Karten hier, ne, jetzt. Das ist der Hammer. Ich hab am Anfang nur Scheiße mitgenommen. Die Icons, die ich gekriegt hab, einfach... Was sind das denn jetzt? Krieg ich immer einen höher, der 80 ist, oder? Du, Shiny, du kannst eh nicht schlechter als ich sein. Doch, glaub mir. Das wird was. Das wird was. Digga, das wird... Oh, das wird richtig was. Wenn ich jetzt klatsche, kannst du nochmal deinen Tagesschau-Dong einführen. Einblenden. Nein. Auf damit. Oh. Ach. Hallo. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau-Dong. Baust du da irgendwie einen Bunker oder baust du einen Draft? Ich muss gucken jetzt, Bruder. Ich hab richtig gut gebaut. Also, als bester Dropper der Welt... Als bester Dropper der Welt muss man schauen, wie man das macht. Ich hab eine... Das ist echt normal. Komm. Ja. Ich hab scheiß mittlere Icon, Baby-Icon. Nur so eine Kacke. Mein Torwart hat 81, Digga. Oh. Ja, mein Torwart hat 85. Meine beiden Inverteidiger haben 82 und 85, Steini. Ja, ich hab abgeschickt. Trainer geholt. Herzlichen Glückwunsch. Okay, ich hol auch einen Trainee. Wenn du das chokest, dann weiß ich auch nicht mehr. Ja, ich weiß ja nicht, Steini. Ich schätze dich, ich schätze dich bei 191, 192. So gut. Mein Draft ist wirklich scheiße. Ja, was hast du denn? Was hast du denn? Ich hab 192. Ja, hab ich auch. Ey, ich hab 192. Ja, hab ich doch gesagt. So schlecht, Alter. Also, meinst du am Anfang wirklich Kacke? Die Bank hat mir wirklich das Ohrschloch geredet. Ich hab vier Icons in dem Draft drin. Boom, Serino. Aber man muss auch sagen, ich hab's nicht anders verdient. Also, so schlecht. Ich als bester Draftbauer der Welt im FIFA-Bereich. Ja, du hast aktuell so viele Coins, Steini. Das ist doch... Ja, komm, gib mir eine Zahl hier, du Affe. Jetzt schon? Ja, hau rein. Ich musste ein bisschen labern, damit du nicht zeitgleich drückst und guckst, wo hier was ist. Sowas würde ich nicht machen, im Gegensatz zu anderen Leuten in dieser Crew. Heute noch, die laufen alle ab hier gerade. Eins. Jawoll! Michael Owen, 240K. Nein, Alter. Ich hab da einfach keinen Blick bei diesen Dreckspicks, Mann. Ey, der Prime kostet 220. Hier ist er für 240. War irgendein Banger eigentlich auf der Seite, oder? Ähm, naja, ich glaub nur Bergkamp, Bergkamp Optimus für 700. Sau. So. Discarded. Auf nass. Checkt gerne meine Videobeschreibung ab. Ja, checkt meine Partner aus. Kauft overpowered. Für 5% Rabatt Small eingeben noch. Macht, was ihr wollt. Bin raus. Willst du noch was sagen, oder? Ähm, ähm... Nee, hast du eigentlich alles gesagt. Sehr gut. So, und jetzt wirst du gebumst bei dir. Das seid ihr aber. boyfriendлично boll notably. Wir freuen uns.